Da kommt der kleine Sephiroth einfach anmarschiert. Hier sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es kein original großes Hologramm war. Meinst du? Auf jeden Fall ist der Mann im Gebäude. Oh, oh. She broke. Er heißt Tod. Eine Audienz beim Bürgermeister. Die kriegt man auch nicht einfach so. Oh, das Archiv. Hier würde ich mich gerne mal ein paar Stunden drinnen aufhalten wollen. Oder Tage. Oder Wochen. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich, Geheimregal. Könnte es anders sein. So was, wenn ich mir irgendwann mal ein Haus kaufe, will ich so was haben. So eine Geheimtür. Aber dafür musst du ein Haus bauen, glaube ich. Und es dann einbauen lassen. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, ich glaube, das ist ihm dann egal, wenn wir durch die Tür durch sind. Aber hey. Ja, eins zu kaufen und sowas zu finden, wäre mega nice. Aber wie hoch sind die Chancen in Deutschland mit unserem Bürokratieaufwand? In Amerika hättest du da wahrscheinlich bessere Chancen. Wo es nicht so krasse Bauaufsichtsämter gibt wie hier. Aber ich glaube, hier so einen Raum zu finden, ohne das vor dem Kauf zu wissen, sehr unwahrscheinlich. Die gute deutsche Bauaufsichtsbehörde, die sagt nein. Irgendwie ist es sehr dunkel hier drin. Und es ist niemand da. Oh, da ist ja doch jemand. Hab sie das auch wieder gestreamt haben? Heidegger steht doch so auf Livestreams. Ach, der hat uns gelöscht. War gar nicht der nette Onkel mit den langen Haaren. Was? 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 Wir haben immer immer so gelöscht. Davon sichtbarst. Ich habe gleich recht, wie man das Burak potpunkt schmerzt. Ist es imrá hier, dass er ich vor dem PLAY Sleepебア horrend ist. Wenn ich mir die Resden bewässert bin, Ich denke, dass er sehr jerk pressured ist, aber die Mario-UB-Karten liefert sind sehr parameters. Hast du so gut verstehen? Sind wir in der Services Familie? Dann gucken wir zu! Aber das war im Original auch schon so, glaube ich. Dass der Bürgermeister geholfen hat. Er braucht einen Monocle. Ja, wenn er jetzt noch so einen Monocle hätte, würde er aussehen wie der Monopolymann. Mit dem Bart und dem Stock und so. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich bin auf den Rückfläche des 63er. Was ist das? Da haben wir die 63er. Sie haben die 64er. Die erste Worten ist... Der Herr Schausch ist der Herr Schausch! Der Herr Schausch ist der Herr Schausch! Wer soll das sagen? Okay, Chad, merkt euch das? Aber wie viele Kinder laufen denn da oben rum und sagen Psycho, wenn die auf so einer Führung sind? Das halte ich für eine schlechte Losungsidee. Oder der übergeschnappte Bruder vom Colonel, du meinst dem KFC-Colonel? Ja, ein bisschen, oder? Monopoly, Mann. Psycho. Okay, 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 schreibe ich mich an. Danke für die Hilfe. Wo ist die Tür? Hilfe. Ich komme hier nie mehr raus. Barrett, Hilfe. Ei, 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 ei. Aber den ganzen Tag hier in dem Zimmer eingesperrt zu sein, ich meine, ist bestimmt gut klimatisiert und so, aber... Wenn der mal pipi muss. Ich weiß nicht, wie man bisher immer dachte, dass sie die Hauptgruppe sind, aber nein. Vor allem war ich, glaube ich, im OG auch davon ausgegangen, dass Barrett Avalanche gegründet hat und alles, aber irgendwie ist er halt nur so eine Splittergruppe. Das ist irgendwie traurig, eigentlich. Er ist gar nicht so wichtig, wie er immer tut. Ist auch nur ein Mann mit einer Maschine gehören. Nani? Meinst du, der hat da so einen Knopf und dann kann er aufs Klo gehen? Ich hoffe es für ihn, ehrlicherweise. Dass er noch eine versteckte Wand mit einem Klo hat. Er ist viel zu handsome. Was ist denn hier los? Könnte der Bruder von Auron sein? Der böse Bruder. So, ich weiß nicht. Es gibt keine Frage, man kann es mit der Bruder sein. Er hat nur so ein Zwei-Schrauben-Blockerte. Nur ein Zwei, keine Sorge. Immerhin haben sie ihr Kleid sauber gemacht. Arme Aerith. Können wir nicht einfach die Rolltreppe benutzen? Ich meine, versperrt es sie nicht. Aber wahrscheinlich kommt er dann halt nicht weiter. Uff. Ist schon überall in den Nachrichten. Wer auch immer in Midgar es nicht mitbekommen hat, dass die Platte runtergekommen ist. Ich meine. Es wird aber nicht gerumst haben. Aber unter den ganzen Leuten jetzt den einen zu finden, vielleicht auch nicht so einfach. Hier rein kann ich schon mal nicht. Jetzt kommen wir hier rein. Auch nicht. Dürfen die Leute nicht bei der Arbeit stören. Aber wie soll ich denn dann meinen Kumpel finden? Jetzt kommen wir hier rein. Auch nicht. Auch nicht. Aber der Pfeil zeigt ja auch nach oben. Vielleicht muss ich erst nach oben fahren und mich dann umgucken. Einfach eine Durchsage machen. Entschuldigen Sie. Wir suchen jemanden, der den Bürgermeister ganz toll findet. Warte. Wieso ist das immer noch der 63. Stock? Ich bin verwirrt. Besprechungsräume. Ja, hier kommen wir nicht weiter ohne die andere Keycard. Naja, okay. Muss man ja mal ausprobieren, ne? Solche Rolltreppen gibt es in japanischen Gebäuden übrigens auch überall. Also das entspricht vollkommen der Wahrheit in so großen fancy Gebäuden. Meistens sind es eher so Kaufhäuser. Geht das genau so zu. Da kannst du dich auch dumm und dämlich fahren und laufen. No joke. Aber Kay kann ja mal, wenn sie lustig ist, die Bilder von Sephiroth suchen. Aber ich komm da ja nicht rein. Vom Sephiroth im Boden. Komm ich da rein? Ah, hier. Nice. Also ich meine, der arme Baum im Glaskasten. Aber so ein Baum im 64. Stock ist schon impressive. Stellt euch mal vor, das wäre eure Kantine auf der Arbeit. Kann sich schon sehen lassen eigentlich. Mann, vielleicht hättest du mir einen Kuchen verkaufen können. Die sehen lecker aus. Jetzt will ich Kuchen, Chat. Kuchen. Oh, hey, Heidecker, show me down. Barrett, beruhige dich. Ja, aber das ist eher so ein reichen Ding. Also ich würde das jetzt nicht häufig nennen, unbedingt. Hey, der hat Curry. Der Witz ist aber, Cloud sollte in seiner Soldier First Class Uniform auffallen wie ein bunter Hund, weil eigentlich gibt's zu dem Zeitpunkt gerade gar keine Soldier First Class. Das wollte ich nur mal kurz zu bedenken geben, soweit wir wissen. Zumindest eigentlich keinen mehr. Tifa schubst einfach alle Stühle um, voll unhöflich. Wenn wir hier rausfliegen, ist Tifa schuld. Hier, der sieht korrupt aus. Aber mit dem kann ich nicht interagieren, schade. Vielleicht ist er oben. Das Pinguinhaus? Welches Pinguinhaus? Okay. Anscheinend müssen wir wohl gleich da in die Europa-Park-mäßige Kuppel rein. Aber da, da gibt's bestimmt noch eine CD. Ja. Scarlet's Diebe halten. Sehr schön. Gab's sogar umsonst. Haben wir einfach geklaut. Brechen einfach ins Schindra-Hauptquartier ein und klauen. That's the Spirit. Können wir jetzt noch einen Kuchen klauen? Wenn wir schon dabei sind? Das ist nochtisch. Herr Präsident! Super! Ich hab schon gesagt. Ich würde mich auf die Oberfläche gehen. O-O-O! Ich werde mich für die Karte abgeben. Ich werde mich für die Kraft abgeben. Oh! Wenn Sie sich hier abgeben, dann können wir nicht nur einfach abgeben. Natürlich, ja. Ich werde das mit dem Angelegen. Ich werde mich nicht einfach sagen. Wenn ich das abgeben, Oh, schon wieder kämpfen. Aber jetzt, wo du es so erzählst, ich glaube, ich weiß, welches Haus du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber Tokio hat ja generell sehr wilde Architektur. Auch wenn viel davon leider auch mit der Zeit verschwindet. Wie das Kugelhaus. Dreierteam vs. Domino Allstars. Okay. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Das ist in Ordnung. Auf geht's. Uh, ja, seht euch den Sephiroth an, während ich die Dinger hier wegräume. Ist aber noch von 2007 gewesen, oder? Ja, das Bild. Ich glaube, das ist schon etwas länger her. 2011? Oh. Auch schon etwas länger her, aber... War das echt, dass 2011 das wieder war? Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Nicht schubsen. Hm. Ich bin schabiert. Ich bin schockiert. Es war es, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Das war doch mal ganz angenehm. Ich glaube aber auch, dass der Store ist auf jeden Fall nochmal umgezogen und in Akihabara gibt es jetzt auch einen. Ich glaube aber, dass der Sephiroth tatsächlich mit umgezogen wäre. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber das war ziemlich beeindruckend. So, kriege ich jetzt meine Karte? Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Sorry, der Typ im Kettel hat zugehört. Der hat uns doch 100 pro belauscht da hinten. Aber ja, das sind ja richtige Statuen. Die sind ja teilweise wirklich zwei Meter hoch und massiv. Das Pokémon Center ist da ein sehr gutes Beispiel für, weil die ja wirklich richtig fette Statuen da aufgestellt haben. Aber weiß ich nicht, vielleicht findet man das bei uns zu kitschig oder das ist schlicht und ergreifend zu teuer für Deko. Ich weiß es nicht so genau, aber also so Sachen können sie halt echt gut. So Store-Deko ist der Wahnsinn teilweise. Selbst in Pop-Up-Stores, die dann nur so ein paar Wochen da sind. Ist schon richtig krass. Wir haben halt auch ein bisschen anderes Verhältnis zu ihrer Popkultur als wir. Ah, neue Belohnung im Kampf-Simulator ist mir jetzt, glaube ich, egal. Hast du uns belauscht? Warte mal! Du bist zwölf! Was machst du hier? Der müsste schon im Bett sein, eigentlich. Im Bettchen sollte der sein und nicht hier im Shinra-Hauptquartier rumstehen. Aber was weiß ich schon. Oh, oh. Das musste ja passieren. Ja, die E-Mail haben wir auch bekommen. Wisst ihr noch? Kunsel lebt! Oh mein Gott, Kunsel lebt! Oh mein Gott, Kunsel lebt! Best Boy is Alive and Thriving. Was unlogisch ist, weil eigentlich hätten sie ihn auch aus dem Weg räumen müssen, weil der viel zu dicke mit Zack befreundet war. Aber gönnen wir ihm das. Gönnen wir ihm, dass er leben darf. Das ist doch schön. Und jeder, der nicht Crisis Core gespielt hat, denkt sich jetzt, who the fuck is Kunsel? Dann so ein Cloud-Moment. Hä, was? Au. Wer? Wieso? Oh, wait. Heidegger. Juffi kommt, keine Sorge. Ein verlorener, totgesagter Soldier rennt im Gebäude rum. Eigentlich sogar zwei. Das Ding ist aber... Könnt ihr mal still sein? Ich muss nachdenken. Ähm, eigentlich ist ja Kunsel mit Zack befreundet und dass Cloud jetzt gerade schon wieder so eine heftige Reaktion hatte, ist eigentlich ein bisschen auffällig. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob sich Cloud und Kunsel überhaupt... Also die kennen sich auf jeden Fall, aber so gut kennen die sich nicht. Das ist wie gesagt der Bro von... von Zack war. Aber ich dachte, ich hab eine. Ist die nicht autorisiert genug anscheinend? Okay. Meinetwegen. So, aber wir wollten uns ja auf dem Klo verstecken, wenn ich das richtig verstanden hab. Als würden sie da oben in ihren Klamotten nicht auffallen wie bunte Hunde. Sie hätten sich wenigstens mal so einen Hosenanzug anziehen können. Ich mein, komm schon. Tifa kann natürlich nicht ins Männerklo. Das geht natürlich nicht. Ey, was die jetzt denken. Was die drei jetzt auf dem Männerklo machen, ne? Aber schickes Klo. Guck mal. Richtig Premium hier. Das ist schon ein Luxusklo. Würde ich auch nehmen. Mit dem ganzen indirekten Licht. Ich stehe so doll auf indirektes Licht, ne? Ich will nicht alleine auf dem Männerklo bleiben. Ach, Tifa. Vielleicht hätte er das Schwert auch unten lassen sollen. Wenn wir jetzt stecken bleiben, ne? Das klaut schuld. Das wollte ich euch nur wissen lassen. Gott, ist das langsam. Sora kann schneller durch Schächte kriechen. Na, guck mal. Der kommt doch jetzt mit dem Schwert gar nicht um die Ecke. Jetzt mal so logisch betrachtet, muss der da voll stecken bleiben. Können wir weiter krabbeln? Klaut. Nicht rückwärts, vorwärts. Okay, kein Loot. Dachte, ich gehe mal gucken, ob da was ist. Krabbeln wir in die andere Richtung. Ich sagte. Andere Richtung. Das ist aber auch so ein JRPG-Ding, dass man in Lüftungsschächten rumkriecht und Leute belauscht. Weil das ist halt das Problem, ne? Du triffst halt so viele Unschuldige und Zivilisten immer. Auch mit den Aktionen von Avalanche, auch wenn da jetzt Shinra für verantwortlich war. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen. Na, ich hoffe, er ist nicht aufs Klo gegangen. Das wäre unangenehm. So. Gleich haben wir es. Es ist nicht mehr weit. Zum Glück sind die Lüftungsschächte so groß. Ich muss aber trotzdem nachgucken, ob es hier Loot gibt vielleicht. Ja, guck mal, eine schöne Materie. Die wirklich wie ein kleiner Planet aussieht. TP-Boost. Kann man immer brauchen. Vorsicht tiefer. Näh, näh, näh. Rückwärtsgang. Oh Gott. Oh Gott. Zum Glück krabbelt Cloud vor. Oh Gott, das Horrorszenario. Du kriegst hier so rum und dann kriegt es plötzlich so hinter dir und es ist nicht tiefer. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Dup-di-dup-di-dup-di-du. Also ein bisschen schneller könnte er schon, ne? Ein bisschen, bisschen schneller. Ja, okay, eigentlich. Ich weiß, er hat Angst durchzubrechen, aber trotzdem. Na gut, dann hören wir uns mal an, was die Bagage zu sagen hat. Wenn er mit dem Schwert abliegen Klögentassen durchdreht. Dung, dung, dung. Chotto. Dung, 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 dung. Sie müssen ja noch dieses fancy weiße mitgabauen. Genau. Das aus dem Promo-Video, wisst ihr noch? Das mit den Blumenkästen und dem Grün und dem Weiß überall. Das Kline mitgab. Dung, dung, dung. Das war's. Es ist ein wichtiges Kultus. Es ist nicht zu verraten. Es ist ein wichtiges Kultus. Wenn ich mich nicht verraten... Wenn ich mich nicht verraten... Wenn ich mich nicht verraten werde, dann kann ich mir auch. Ich kann mich nicht verraten, aber ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber ich werde nicht nur meinen Lieben. will ich nicht verraten. Ja. Ich glaube, es geht darum, dass es ein Teil von diesem Problem ist. Einst duci. Wenn du dich um ein Mann findest, dann würde ich mich nicht sagen. Ich sage es, ich sage es zu lernen. Da wir Crisis Core gespielt haben, wisst ihr jetzt, was er damit meint? Ist das nicht cool? Will sie einfach klonen. Aerith Repliken machen. Bei G- und S-Klone ja noch nicht reichen. Da brauchen wir noch A-Klone. Ganz schön perfide der Plan. Ja, als ob wir dem einfach so hinterherlaufen könnten. Wobei ich mich ja auch frage, will er sie jetzt klonen oder will er, dass sie ein Baby macht? Das müsste man vielleicht nochmal hinterfragen. Und wer ist eigentlich der Vater von Aerith? Das wäre sicherlich auch ganz spannend zu wissen. Das war ja anscheinend keiner vom alten Volk. Eigentlich nicht, ne? Aber eine Kreuzung deutet ja eigentlich schon eher Maiden. Ja, er will ein Baby machen. Er will sie doch auch mit Nanaki kreuzen. Im Original. Emoji ist er ja so, hm, ich habe kein Mail vom alten Volk. Sephiroth ist auch nicht da. Nimm mich doch Nanaki. Da erinnere ich mich aber sehr genau dran. Wo er einfach so, hey, ich kannte doch einfach die beiden. Das wird schon funktionieren. Super Closet Furry, man. Hojo ist halt einfach batshit crazy. Wenn wir eins in Crisis Core gelernt haben, dann dass der Typ nicht mehr alle Murmeln im Schrank hat. Wenn er überhaupt jemals welche hatte. Aber irgendwann bestimmt. Ich glaube, der kleine Hojo war bestimmt irgendwann mal total lieb. Aber mittlerweile... Uff. Uffi-Meg-Uff-Face. Sag ich dazu nur. Bin doch mal gespannt. Eigentlich müsste Nanaki jetzt hier auch irgendwo rumkürzen. So rein theoretisch. Die sind alle leer. Noch. Da kann er die ganzen Babys rein stopfen. Aber ich meine Babys. Kannst ja theoretisch auch im Reagenzglas züchten. Das würde ja gehen. Das setzt ja nicht zwingend einen Mating-Prozess voraus. Er ist ja Wissenschaftler. Er kann bestimmt auch im Reagenzglas ein Baby züchten. Oh, das ist der Raum. Das ist der Raum, oder? Das ist der Raum. Er müsste Cloud halt auch erkennen. Aber er hat ja gedacht, er wäre ein Fehlschlag gewesen. Wahrscheinlich hat er ihn deswegen einfach vergessen. Aber eigentlich müsste er ihn wiedererkennen. Er hat keine Kapazität, sich Failures zu merken, schon gar keine Male Failure. Ew, das ist nicht, was ich dachte, dass da drin wäre. Das ist nicht Genova, hoffe ich, zumindest. Yikes. Das ist nicht schön. So, warte mal kurz. Äh... All die Prototypen. Leicht resistent auf Blitz. Erseutbeck hat sich ganz schön verändert. Au! Was ist los? Au! Das tut doch weh, sag mal. Schade, dass er nicht feueranfällig ist. Was? Ich wollte noch wegrollen, dann war es zu spät. Bam! Einfach Cloud-Geface-plant, Mann. Au! So, was machen wir mit den anderen? Und... Schock-Schuss. Das hier. Oh, oh. Sollte er das machen? Yee! Eklig. Das hat Babys gemacht. Ganz schön potente Babys, möchte ich hinzufügen. So. Einmal das hier. Ich weiß gar nicht, ob es lohnt, die Babys wegzuräumen, aber wir machen es mal sicherheitshalber. Oh nein, mehr Mako-Vergiftung. Ein Auge, es hat alle Augen auf mich geworfen. Naja, also wenn die Babys hinterher so aussehen, das ist schon irgendwie eklig, ja. Ich meine, guck dir das doch mal an. Oh oh. Das sieht nicht so gut aus, ohne jetzt negativ werden zu wollen. Au. Ich sag mal au. Ganz leise, aber nur. Tiefer. Setz doch mal. Megatrank ein. Au. Gruppenheilung wäre ja auch was Schönes, ne? Aber das war's. Wir haben nicht mal den Summon gebraucht. Voll gut. Aber das war schon... Also das hatte schon Resident Evil-Ausmaße hier. Das war schon ein bisschen nicht so schön. Ai, 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 ai. Erstmal sitzen. Da muss sich Cloud erstmal hinsetzen. Da muss sich Cloud erstmal hinsetzen. Oh no. Und dann 혹. Aber. Auch ist ja nicht so schön. Du bist dein lleg meus shots. Tag5-Green. Ja. Tag6-ein. Vielen Dank.